Oberösterreich erwartet ein Bevölkerungswachstum bis 2040 von 7,3 Prozent. Das geht aus einer aktuellen Bevölkerungsprognose des Landes Oberösterreich hervor. Die Prognose zeigt uns, dass wir jetzt noch ein paar Jahre Zuwachs durch erfreulicherweise mehr Geburten im Land haben. Das heißt, aufgeteilt auf verschiedene Regionen werden wir auch noch mehr Bedarf an Bildung vor Ort, an Betreuung, Kinderbetreuung vor Ort haben. Das nimmt aber dann auch wieder ab. Denn der Anteil der jungen Menschen an der Gesamtbevölkerung wird von derzeit 18,2 Prozent bis 2040 auf 17,6 Prozent sinken. Auffällig dabei ist der Anteil der Seniorinnen und Senioren, der wird von 18 Prozent auf über 27 Prozent steigen. Erfreulich ist, dass die Lebensspanne, die jeder Mensch erreichen kann, nimmt sukzessive zu. Das resultiert dann darin, dass eine bestimmte Altersgruppe, nämlich die der hochbetagten Menschen, sehr stark zunehmen wird. Das sind die 85-Jährigen und älteren Menschen. Und diese Menschen stellen das Potenzial dar, hilfs- und pflegebedürftig zu werden. Das heißt, wir müssen alles tun, um in der Prävention einer gesunden Lebensweise, Bewegung, gesunde Ernährung, dafür zu sorgen, dass wir auch länger gesund leben können. Und auf der zweiten Seite, da haben Sie recht, brauchen wir auch mehr Angebote in der medizinischen Versorgung, aber auch in der Begleitung durch Pflege. Auch hier zeigt die Statistik, wie wichtig es ist, Facharbeiter für die Zukunft zu gewinnen. Es wird sich natürlich auch die Art und Weise, was wir arbeiten, ändern. Stichwort Digitalisierung. Aber es stimmt, wir werden mehr qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen. Das hat viel mit Bildung zu tun, aber hat auch damit zu tun, dass wir neue Leute brauchen. Eine gesteuerte Zuwanderung unter klaren Bedingungen für qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das wird der Standort Oberösterreich auch brauchen. Überdurchschnittlich hohe Bevölkerungszuwächse werden für den Zentralraum Linz und Wels sowie ihre Umlandbezirke erwartet. Aus heutiger Schätzung wird es den Bezirk Rohrbach bis 2040 mit einem Einwohnerverlust von 1,5 Prozent betreffen. Wir schauen uns ja diese Zahlen nicht deswegen an, dass wir sagen, so das ist jetzt alles Gott gegeben, sondern wir wollen ja dort, wo wir etwas anders bewirken wollen, auch gegensteuern. Zum Beispiel Infrastruktur, damit sich Betriebe dort auch ansiedeln und Arbeit vor Ort gegeben ist. Denn laut Statistik wird es in Oberösterreich in 20 Jahren um rund 100.000 Bewohner mehr geben.